Bewusstsein, die Währung der neuen Zeit. Liebe Freunde, ich erinnere mich an die Zeit, wo wir regelmäßig Tantra-Gruppen gegeben haben oder auf denen waren. Und wenn es da um finanziellen Ausgleich ging, hatten wir immer gesagt, gib so viel du magst, aber gib aus der Fülle. Ein wunderschöner Satz, an den ich mich heute erinnere. Wir überlegen ja oftmals, wie investieren wir in dieser Zeit, was ist die Währung der neuen Zeit, sollen wir in Kryptos anlegen, brauchen wir Bargeld, brauchen wir Gold, brauchen wir Kontoguthaben, brauchen wir Immobilien. Die Währung der neuen Zeit ist Bewusstsein. Ich habe das erfahren dürfen in dieser Zeit, von der ich immer noch so viel profitiere, wo ich kein Geld, kein Bankkonto, keinen festen Wohnort und nichts zu essen hatte. Und es gab immer Menschen, die mich beschenkt haben, mit einem Schlafplatz, mit Essen. Und ich glaube, rückblickend sagen zu können, dass in den Menschen sehr viel passiert ist. Einfach dadurch, dass ich so war, wie ich war. Manche waren ein bisschen überfordert von mir, die haben gesagt, wenn du bei uns wohnst, muss ich ganz schnell erleuchtet werden, sonst packe ich das nicht. Ich hatte auch meine Ecken und Kanten, ja. Aber ich glaube, dass bei den Menschen, die mich damals eingeladen hatten, bei ihnen zu wohnen, zu leben, zu schlafen, zu essen, dass sie so das Empfinden hatten, dadurch, dass der Klaus jetzt unter uns wohnt, passiert bei mir eine Entwicklung. Ich glaube nicht bewusst, aber ich glaube unbewusst. Wenn ich heute Coachings gebe, dann habe ich so den Standard, da habe ich meine Preise. Aber was ich immer mehr erlebe, ist, dass Coaches von High Level kommen, mit denen ich tief, tief befreundet bin, die ich zum Teil seit vielen, vielen Jahren kenne. Und wo ich dann wirklich sage, ja, was nehme ich jetzt dafür, wenn jemand sagt, also von denen, ich brauche ein Coaching bei dir. Und, ja, ich erlebe es dann so eigenartig. Mit einer Klientin habe ich so einen Deal, den ich faszinierend finde. Ich helfe ihr bezüglich ihrer Positionierung, ihres Wirkens in der Welt. Und sie hilft meiner Frau in ihrer Gesundheit, ja, mit Nahrungsergänzungen, mit Gesundheitsinterventionen, also Heilpraktikerin. Und da schaue ich nicht auf den Cent, da schaue ich nicht, ja, warte mal, mein Stundensatz ist so und der Stundensatz ist so. Einer hilft dem anderen. Ich habe einen guten Freund, der hat mich auch jetzt um Coaching gebeten, ein Freund, mit dem ich seit 20 Jahren zusammen bin. Das wäre irgendwo nicht angemessen zu sagen, die Stunde kostet so und so viel. Könnte ich, aber ich weiß, dass im Universum sich sowieso immer alles ausgleicht. Und das ist in meinem Leben immer so gewesen. Ich habe in die eine Richtung, habe ich was reingegeben und aus völlig unerwarteter Richtung habe ich was zurückbekommen. Darum glaube ich, dass Bewusstsein die Währung der neuen Zeit ist, dass dieses Zählen, Messen, Wiegen, was wir noch brauchen und was bei der Steuererklärung bis zum Exzess gemacht wird, mir kraut schon vor der nächsten Steuererklärung, aber das sind die Spiele dieser Zeit, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Sondern es wird ein inneres Empfinden geben von Stimmigkeit und ein inneres Empfinden von Zu- und Abfluss, das sich einfach nach unserer energetischen Signatur, nach unserem spirituellen Guthaben richtet, ohne dass wir fordern müssen. Ich habe noch nie ein Honorar eingeklagt, in 35 Jahren Berufserfahrung. Ich hatte es ein einziges Mal, dass eine Rechnung nicht bezahlt wurde und diese Frau war unbekannt, verzogen. Die habe ich über drei Jahre als offenen Posten in der Buchhaltung mit durchgeschleppt und habe ich es abgeschrieben. Ansonsten, darum ist es bei mir auch immer so, die Leute zahlen immer hinterher. Also, weil es gibt es nicht in meiner Welt, dass jemand nicht zahlt, das gibt es einfach nicht. Oder dass jemand mit dem Preis feilscht oder verspätet, ja, vielleicht mal, weil ich nicht täglich meine Buchhaltung kontrolliere. Aber die Währung der neuen Zeit ist Bewusstsein, ist nicht Rechnung, Schreiben, Mahn und, und, und. Das ist alte Zeit. Die Währung der neuen Zeit ist, dass wir einander helfen, dort, wo es angemessen ist, in dem Maß, wie es stimmt. Nun, meine Frau Sabine ist ja in Tauschkreisen drin. Ja, der Gedanke ist schon gut, aber ich mag dieses Motto von den Tantra-Gruppen. Gib so viel du magst, aber gib aus der Fülle. Bewusstsein ist die Währung der neuen Zeit. Und Bewusstsein ist entwickelbar, hat viele Komponenten, beinhalt, steuernde Hellsichtigkeit, Arbeit in virtuellen Räumen, unendlich viel. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, kommt doch einfach zu mir. Bei mir lernt ihr das in meinen Kursen und Coachings. Ich hab euch lieb. Euer Klaus